Eine neue 1,5 Zimmer Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Leipzig. 1997 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon sowie einen Parkplatz. Die Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 42 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Wohnung beläuft sich auf 380 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Schäuble Abonniert Schäuble 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 Vielen Dank.